Servus Freunde und willkommen zu einem etwas anderen Video hier auf meinem Kanal und ich denke ich werde es auch beim DKC Kanal hochladen. Ich habe es schon mal angesagt, Flame von DKC Sepperli kommt von mir und der ganze Flame, den ihr jetzt in dieser Aufnahme hören werdet, ist in einer Skype Sitzung entstanden. Und von denen habe ich noch über 20, das heißt ihr könnt euch vorstellen wie viel dieser Junge flamet. Und, also was ich schon vornherein sagen will, wenn mir irgendein Hurensohn kommt mit einem Kommentar wie, ja der Flame ist geklaut von dem und dem, dann soll er sich doch bitte erhängen gehen und sich anzünden gehen, okay? Niemand hat Patent auf diese Motherfucking Ausdrücke, ja, die dort angewendet werden. Also chillt euer Leben, ich mache es jetzt nämlich auch und ich wünsche euch Schwanzlochan viel Spaß bei diesem Video. Haut rein! Ich hasse es, wenn ich rumschreie und meine Mutter... Als ob ihr nochmal pumpen würdet. Dann einfach so was Dummes sagt, weißt du, ich schreie voll rum und sie kommt, ja komm, mach ein bisschen langsam. Dann denkt der, Alter, ich fresse ganz ehrlich. Ich meine, weißt du, du schreist da rum und dann, da kann die sich doch denken, dass du gerade irgendwie angepisst bist. Und dann kommt sowas. Fuck, ich muss grad überheftig kacken. Der piss dich aus dem Eckmann. Aber ich will noch zu diesem Ort. Denkst du, du wärst gut oder was, du Niggermann? Denkst du, du wärst ein Pro, weil du die M16 nimmst? Soll ich die auch mal nehmen, du Niggermann? Dann zeig ich dir mal, wer gut ist, du Spaßmann. Du nämlich nicht. Du bestimmt nicht. Ja, du nicht. Boah, nein, Alter, ich spawne. Da kommt als erstes die Flash und dann kommt er mit einem LMG. Die sind doch einfach behindert. Schön, Headset. Ah, Alter! Hey! Ah, Alter! Da wird das... Um... Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Das ist einfach so unnormal Fucking Headset Ich hab grad das kleine Mikrofon In die Wand geschmissen Jetzt geht's wieder raus Und einen weiteren Ort entdeckt Wrack der Salzhammer Oh geil, echt Nein, eine Schlammkrabbe, fuck Oh, Vorsicht Pass auf Was macht die Oh nein, meine Ich bin grad in so einer Lobby Wo die ganze Zeit die Leute wechseln Und dann kommt wieder ein Kitty Nach dem anderen rein Das aber irgendwie Irgendwoher ein verficktes Headset hat man Die sollten Headsets ab 18 machen Ohne Scheiß Und die reden einfach Die reden, obwohl es keinen interessiert Reden sie einfach Die haben doch gar nichts zu reden Die Ausländerschweine, Mann Die haben gar nichts zu melden Sagst du jemanden Du bist doch ein Bastard, Mann Der Typ da einfach so minderwertig rum Die kleine Ratte, Alter Oh Gott Echt, das ist einfach Nur noch hässlich Rennt da rum Denkt er, wäre ein Skiller Ja, denkt er hätte das Boss-Aiming Mit seiner Alp-16 Aber nein Er kommt halt mit dem Tube Ne, ist doch ganz okay, Mann Du Spast Alter, ohne Scheiß Ja, schön Last Stand mit dabei Du Nigger Ja, Last Stand Echt, ey Das ist, ach Gott Das macht Grüns nicht Oh Gott, Alter Painkiller plus Last Stand Boss-Häfte, oder? Weißt du, du läufst hier nur schräg rum Das verwirrt einen über Wie schräg? Ja, das ist schön schräg Der Schenkiller Ich drücke ihm den Burst Schönen Kopf rein Was macht der Kommando neift mich, Alter Das ist doch echt zum Kotzen, Mann Das ist einfach nur noch hässlich Das ist doch einfach Irgendwas läuft da einfach falsch In dem abgefuckten Spiel, Mann Das ist solche kleinen Kinder Die doch keine Ahnung von Skill haben Die haben das einfach nicht zu spielen, Mann Ohne Scheiß Ist so dumm, sich einen YouTube-Kanal anzulegen Um mal irgendwie zu sehen, was Skill ist, Mann Diese Vollidioten Muss man einen YouTube-Kanal haben, um Videos dort anzugucken? Ja, die sind einfach unfähig Die brauchen sowas, um Videos anzugucken, ja Dürfen sie alle nicht schauen, weil sie keine 18 sind, die Nigger Hey, der Tubed schon wieder hier hinter Echt, das ist echt Ja, jetzt wirft er noch die Flash Dann traut er sich wahrscheinlich gleich ums Eck Jetzt traut er sich gleich Mit dem er hier fünf Flashs geschmissen hat Der Nigger, Alter Das ist nicht normal, ohne Scheiß Ja, aber es greift mich zu einem, was Und ich spawne schon wieder unten Warum spawne ich schon wieder unten? Ich will So so Einfach du hässliches Headset, Mann Das ist so unnormal Einfach so unnormal Ja, denkst du eigentlich Du Für wen hältst du dich eigentlich? Es kommt dann noch schön mit der Tor Meine Fresse Bist kein Skiller, das ist halt, Mann, du Spaß, Alter Witzel Ich sag mir mal auch gleich wieder Nektarklasse hier Hier ein bisschen draufsprayender Das ist echt Das sind so kleine, unfähige Kinder Die einfach gar nichts können Aber sicher für die übertriebenen Ja, Headset, halt die Fresse jetzt Hey, das ist so unnormal Weißt du, ich bewege das Drecksding gerade gar nicht mal mehr Es fängt einfach grundlos an zu rauschen Warum auch nicht? Ist doch ganz okay Hey, Mann, der Typ fliegt wieder ins Last Ich versteh's nicht Das spielen echt nur noch Vollidioten, dieses Spiel Ist ja nicht mal so, dass die so gut wären, dass du irgendwie noch eine negative KD hättest Nee, aber sie bringen sich einfach regelmäßig wieder mit irgendeiner Scheiße um Noobtubes, Last Stand Warum auch nicht? Komm, ist doch alles okay Schön Bauen wir doch noch mehr von der Scheiße ein ins nächste Spiel Warum auch nicht? Hey, der Typ schon wieder im Last Stand Immer das gleiche, Mann Ich werd nur von dem hässlichen Bengel gekillt Und als ob ich ihm nicht schon zwei Bursts gedrückt hätte Weißt du, sowas pisst doch einfach an, Mann Der macht gar nichts Der will mich doch verarschen Mich schon wieder fast umgebracht Ohne Scheiße Mich dieser hässlichen Bengel erße, Mann Stress doch einfach übertrieben Muss doch einfach nicht sein, sowas Oh ja, 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 ja Ich hör ihn schon wieder hier fünf Meter weit weg Ich ähm schon hin, aber er hat die UMP Es ist scheißegal, wer früher anfängt zu schießen Ich ähm schon jetzt Ich sch rikt